Ganz herzlich begrüße ich euch zu unserem Abendgebet aus Maria Lahr. Ob es die Sendung Checker Tobi ist, ob es die Sendung mit der Maus ist oder die Sesamstraße mit dem Slogan Wer nicht fragt, bleibt dumm. Die Botschaft ist immer dieselbe. Die Fragen, die so viele haben, besonders Kinder, sie werden beantwortet durch solche gut aufgemachten Sendungen. Auch im Glauben haben wir doch Fragen. Im Evangelium heißt es einmal, die Jünger verstanden den Sinn der Worte Jesu nicht. Er blieb ihnen verborgen, sodass sie nicht begriffen. Aber sie scheuten sich, Jesus zu fragen, was er damit sagen wollte. Ich verstehe auch vieles im Glauben nicht, aber ich bin eingeladen, einfach zu fragen. Auch wenn Checker Tobi oder die Sendung mit der Maus uns normalerweise nicht die Geheimnisse des Glaubens erschließen, so tut das doch die Heilige Schrift. In ihr ist alles geschrieben, was wir zum Leben brauchen. Sie ist die Antwort auf die Fragen, die wir haben. Und schließlich bleibt uns das Gebet, uns direkt an Jesus zu wenden und damit unserer Kindschaft im Glauben treu zu bleiben. Denn Fragen haben wir alle in jedem Alter und Jesus, er ist bereit, sie uns zu beantworten. Lasst uns diesen Tag mit einem Gebet beschließen. Herr, du bist für uns da und wir dürfen uns jederzeit an dich wenden, von dir lesen und mit dir sprechen. Hilf uns, dass wir im Herzen die Antworten bekommen, die unser Leben als Fragen aufwirft. Und gib uns die Kraft darauf zu vertrauen, auch dann, wenn wir nicht jede Frage beantwortet bekommen, zu wissen, dass wir mit dir an der Seite den Weg ins Leben finden werden. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht. Musik Untertitelung des ZDF, 2020